Am Nachmittag trinkst du Erfischungsgetränke, die teilweise Alkohol enthalten. Das ist vom Prinzip in Ordnung, doch du musst dich an das Jugendschutzgesetz halten. Halten. Genau. Ho-ho-ho-ho-den. One, two, three, four. Hey, hallo, Jugendliche. Bitte, bitte keinen Raum für Zukunftspessimismus. Ich wiederhole. Hey, hallo, Jugendliche. Ich war auch mal jung, doch aus mir ist trotzdem etwas geworden.